Hallo liebe LEGO-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute ein neues LEGO Technik Set, das im Januar 2024 erscheint, der MAC LR Electric Müllwagen. 503 Teile für 34,99 Euro und er hat Müllwagen-typische Funktion, sage ich jetzt einmal. Wir sehen das hier schon auf der vorderen Verpackungsseite, dass wir diese Mülltonne greifen können. Wir können sie dann, das sieht man hier hinten dann besser, in den Truck laden und wir können natürlich auch den eingeladenen Müll nachher auf der Mülldeponie wieder ausladen. Also alle Funktionen, die ein Müllwagen haben soll, Lenkung hat er auch mit Hand-of-God-Steuerung auf dem Dach, bin ich sehr gespannt. Ist halt eben kein besonders großes Modell, ich gehe davon aus, dass der ungefähr so in der Größe sei, mit wem er fertig ist. Aber ich bin sehr gespannt, wie er sich bauen lässt und dementsprechend lasst es uns anfangen. Viel Vergnügen! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.